In der Affäre um mögliche Manipulationen in der Regionalliga Nordost gibt es bislang keine Hinweise auf verschobene Punktspiele. Wie der nordostdeutsche Fußballverband, NOV, mitteilte, gelte das sowohl für die laufende als auch für die vergangene Saison. Meist gelesener Artikel 1 Fußball-Champions Leagü trennt des Real-Absturz in Rekordzeit 2-Fußball-Bundesliga-Vorteil-Liverpool? Das sagt Kovac 3-Fußball-Transfer-Markt-Transfertiger. Gündon lässt Zukunft offen 4-Fußball-Champions-Leagü-Bürke kämpft gegen sein Trauma 5-Int. Fußball-LaLiga Abelhofft auf Messi-Rücktritt dem NOV sind keine Hinweise auf manipulierte Spiele bekannt, sagt NOV-Geschäftsführer Holger Fuchs dem MDR. Der Verband stützt sich dabei auf Mitteilungen des Deutschen Fußball-Bundes, der FB, der mit der Firma Sportradar zusammenarbeitet. Das Unternehmen wertet Spiele nach möglichen Wettmanipulationen aus Punktanzeigen. NOV verarbeitet mit der FB zusammen, denn NOV ist in die Zusammenarbeit von der FB und Sportradar inkludiert. Sportradar meldet auffällige Spiele dem DFB, welcher die Informationen an die Regionalverbände weitergibt, so Fuchs. Ein chinesischer Sportvermarkter soll versucht haben, über die Anmietung einer Loge beim Chemnitzer FC Einfluss zu nehmen. Die BILD berichtete, der Vermarkter habe zur Refinanzierung sichere Siege vorgeschlagen. Chemnitzer Vertreter sahen darin eine Umschreibung für Spielmanipulationen und schalteten den NOV sowie die Staatsanwaltschaft ein. Ermittlungen gegen Petersen-Vater zudem wurde bekannt, dass der chinesische Vermarkter und Germania Halberstadt eine Kooperation eingegangen waren. Der NOV hatte bereits gegen den sportlichen Leiter von Halberstadt, Andreas Petersen, Ermittlungen eingeleitet. Der Vater des deutschen Nationalspielers Nils Petersen soll vor dem Ligaspiel beim SV Babelsberg 03 am 30 November, 3 zu 1, Spieler des Gegners mit der Absicht der Manipulation kontaktiert haben. Petersen bestreitet dies. Der NOV hatte sowohl gegen Petersen als auch gegen Germania Halberstadt Verfahren eingeleitet. Das Verfahren gegen den Klub steht kurz vor dem Abschluss. Es fehlt noch das schriftliche Urteil mit den Entscheidungsgründen, sagte Fox. Das Verfahren gegen den Klub steht kurz vor dem Abschluss.